So, wir haben hier einen schönen Clip von Fliss, ja, als ein deutscher Hardcore-Spieler. Müsste Level 56 sein. Und er kämpft gegen die Seuchen Fledermaus. Ja, ist ein östliche Königreich, äh, östliche Pestländer. Hat ein Ticket aufgemacht, weil er hat irgendwie einen Bug gefunden. Okay. Ganz normale Fledermaus. Die kann 4'n. Ja, muss man aufpassen, die kann 4'n, die Dinger. Er ist aber ein Druide. Und als Druide kann es eigentlich 4'n entfernen. Okay, da kommt noch ein Gagel dazu. Da kommt er 4. Gerade... Hat man... Man kann es noch nicht entfernen, oder? Wird in ein Mob reingeführt. Nicht so wild, der Mob ist da. Eitriger Gargoyle ist ein böser Mob. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Don't say. Ne. Oh nein. Ich mein, was willst du da tun? Also, in diesem Moment weiß man, es ist vorbei. Das ist sehr belastend. Ich wusste nicht, dass der da oben auch ist. Ich hätte es auch nicht gedacht. Der ist ja... Ich dachte, der wäre nur unten. Oh, das tut richtig weh. Dafür ist halt... Also, wenn ihr das einfach haben wollt, ihr müsst euch den Rare-Scanner runterladen. Ja. Unbedingt den Rare-Scanner runterladen. Der warnt euch, wenn sowas in der Nähe ist. Super, super wichtig. Aber das tut richtig weh. Ich hätte gedacht, irgendwie du was reingeführt, aber... Guck mal, wie der den weghaut. Oh mein Gott. Deswegen warst du dort oben, ja. Kann ich verstehen. Das tut weh, ey. Deswegen warst du weiter. Hey, bitte. Vielen Dank.